Heute möchten wir über das Tun, Handeln oder Wirken im Leben sprechen. Auf Sanskrit heißt Handeln oder Wirken Karma, auf Pali, der altbuddhistischen Sprache, Kamma. Hinter all unserem täglichen Tun, Reden und Denken liegen bewusste oder unbewusste Motive oder Absichten, die zu bestimmten Resultaten führen. Diese können für uns und andere gut oder schlecht sein. In der Regel wünschen wir gute Folgen, denn jeder möchte möglichst Leid vermeiden und Glück erlangen. Viele von Ihnen haben sich sicher schon einmal gefragt, wie Sie Ihr Leben verbessern könnten, besonders im Vergleich mit glücklicher erscheinenden Menschen. So stellte auch einst vor ca. 2500 Jahren ein junger Student aus einer Brahmanenfamilie dem Buddha Fragen über die glücklichen und nicht glücklichen Lebensumstände der Menschen. Hier nun in gekürzter Form das Gespräch zwischen dem Buddha und jenem Studenten aus der mittleren Sammlung der Lehrrede 135. So habe ich gehört. Einmal hielt sich der Erhabene bei Savati im Tscheterhain, dem Park des Anatapindika, auf. Da ging der brahmanische Student Supa, der Sohn des Todea, zum Erhabenen und tauschte Grußformeln mit ihm aus. Nach diesen höflichen und freundlichen Worten setzte er sich seitlich nieder und fragte den Erhabenen. Meister Gotama Was ist die Ursache und Bedingung dafür, dass man unter den menschlichen Wesen schlechtergestellte und bessergestellte sieht? Denn man sieht kurzlebige und langlebige Menschen, kränkliche und gesunde, hässliche und schöne, Menschen ohne Einfluss und Einflussreiche, arme und reiche, von niedriger und hoher Geburt, dumme und weise. Was ist die Ursache und Bedingung dafür, Meister Gotama, dass man unter den menschlichen Wesen schlechtergestellte und bessergestellte sieht? Student Die Wesen sind die Eigentümer ihrer Handlungen, erben ihrer Handlungen, sie entspringen ihren Handlungen, sind an ihre Handlungen gebunden, haben in ihren Handlungen ihre Zuflucht. Es ist die Handlung, die die Wesen in schlechtergestellte und bessergestellte unterscheidet. Dann Student Höre zu und verfolge aufmerksam, was ich sagen werde. Ja, Herr, erwiderte der brachmanische Student Suba. Der Erhabene sagte Folgendes. Student Da tötet irgendein Mann oder eine Frau lebende Wesen und ist mordlustig, mit Blut an den Händen, zum Kämpfen und zur Gewalt geneigt, gnadenlos gegenüber lebenden Wesen. Weil er solch eine Handlung begeht und auf sich nimmt, erscheint er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in Umständen, die von Entbehrungen geprägt sind, wieder, an einem unglücklichen Bestimmungsort, in Verderbnis, ja sogar in der Hölle. Wenn er aber in das menschliche Dasein zurückkehrt, dann ist er kurzlebig, wo immer er auch wiedergeboren wird. Dies ist der Wegstudent, der zu einem kurzen Leben führt, nämlich wenn man lebende Wesen tötet und mordlustig ist, mit Blut an den Händen, zum Kämpfen und zur Gewalt geneigt, gnadenlos gegenüber lebenden Wesen. Aber, Student, da enthält sich irgendein Mann oder eine Frau davon, Lebewesen zu töten, indem er es aufgegeben hat, Lebewesen zu töten. Stock und Waffen beiseite gelegt, sanft und freundlich, lebt er voll mit Gefühl für alle Lebewesen. Weil er solch eine Handlung begeht und auf sich nimmt, erscheint er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode an einem glücklichen Bestimmungsort wieder, ja sogar in der himmlischen Welt. Wenn er aber in das menschliche Dasein zurückkehrt, dann ist er langlebig, wo immer er auch wiedergeboren wird. Dies ist der Wegstudent, der zu einem langen Leben führt, nämlich wenn man sich davon enthält, Lebewesen zu töten, indem man es aufgegeben hat, Lebewesen zu töten. Stock und Waffen beiseite gelegt, sanft und freundlich, lebt man voll mit Gefühl für alle Lebewesen. Der Wegstudent, der zur Kränklichkeit führt, ist, wenn man dazu geneigt ist, Lebewesen mit der Hand zu verletzen, mit einem Erdklumpen, einem Stock oder Messer. Der Weg, der zu guter Gesundheit führt, ist, wenn man nicht dazu geneigt ist, Lebewesen mit der Hand zu verletzen, mit einem Erdklumpen, einem Stock oder Messer. Der Wegstudent, der zur Hässlichkeit führt, ist, wenn man von zornigem und reizbarem Charakter ist. Sogar wenn man nur ein wenig kritisiert wird, fühlt man sich gekränkt, wird zornig, feindselig und ärgerlich und zeigt Zorn, Hass und Bitterkeit. Der Weg, der zur Schönheit führt, ist, wenn man nicht von zornigem und reizbarem Charakter ist. Sogar wenn man viel kritisiert wird, fühlt man sich nicht gekränkt, wird nicht zornig, feindselig und ärgerlich und zeigt nicht Zorn, Hass und Bitterkeit. Der Wegstudent, der dazu führt, ohne Einfluss zu sein, ist, wenn man neidisch ist, wenn man jemand ist, der andere um Zugewinn beneidet, um Ehre, Respekt, Verehrung, Ehrerbietung und Achtung. Jemand, der sich darüber ärgert und es anderen missgönnt. Der Weg, der dazu führt, einflussreich zu sein, ist, wenn man nicht neidisch ist, wenn man jemand ist, der andere nicht um Zugewinn beneidet, um Ehre, Respekt, Verehrung, Ehrerbietung und Achtung. Jemand, der sich nicht darüber ärgert und es anderen nicht missgönnt. Der Wegstudent, der zur Armut führt, ist, wenn man Mönchen und Brachmanen kein Essen, Trinken, Kleidung, Fahrzeuge, Gelanden, Duftstoffe, Salben, Betten, Unterkunft und Lampen gibt. Der Weg, der zum Reichtum führt, ist, wenn man den Mönchen und Brachmanen Essen, Trinken, Kleidung, Fahrzeuge, Gelanden, Duftstoffe, Salben, Betten, Unterkunft und Lampen gibt. Der Wegstudent, der zu niedriger Geburt führt, ist, wenn man starrsinnig und überheblich ist. Man huldigt demjenigen nicht, der Huldigung empfangen sollte. Man steht nicht für denjenigen auf, in dessen Gegenwart man aufstehen sollte. Man bietet demjenigen keinen Sitzplatz an, der einen Sitzplatz verdient. Man macht demjenigen nicht Platz, dem man Platz machen sollte. Man ehrt, respektiert, würdigt und verehrt denjenigen nicht, der geehrt, respektiert, gewürdigt und verehrt werden sollte. Der Weg, der zu hoher Geburt führt, ist, wenn man nicht starrsinnig und überheblich ist. Man huldigt demjenigen, der Huldigung empfangen sollte. Man steht für denjenigen auf, in dessen Gegenwart man aufstehen sollte. Man bietet demjenigen einen Sitzplatz an, der einen Sitzplatz verdient. Man macht demjenigen Platz, dem man Platz machen sollte. Man ehrt, respektiert, würdigt und verehrt denjenigen, der geehrt, respektiert, gewürdigt und verehrt werden sollte. Der Wegstudent, der zur Weisheit führt, ist, wenn irgendein Mann oder eine Frau einen Mönch oder Brachmanen besucht und fragt, ehrwürdiger Herr, was ist heilsam, was ist unheilsam, was ist tadelnswert, was ist ohne Tadel, was sollte gepflegt werden, was sollte nicht gepflegt werden. Der Weg, der zur Dummheit führt, ist, Die Wesen sind Eigentümer ihrer Handlungen, Student, erben ihrer Handlungen, sie entspringen ihren Handlungen, sind an ihre Handlungen gebunden, haben in ihren Handlungen ihre Zuflucht. Es ist die Handlung, die die Wesen in schlechtergestellte und bessergestellte unterscheidet. Nach diesen Worten sagte der brachmanische Student Suba, der Sohn des Todeya, zum Erhabenen, Großartig, Meister Gotama, großartig, Meister Gotama. Das Dhamma ist von Meister Gotama auf vielfältige Weise klargemacht worden, so als ob er Umgestürztes aufgerichtet, Verborgenes enthüllt, einem Verirrten den Weg gezeigt oder in der Dunkelheit eine Lampe gehalten hätte, damit die Sehenden die Dinge erkennen können. Ich nehme Zuflucht zum Meister Gotama und zum Dhamma und zur Sangha der Bhikkhus. Möge Meister Gotama mich von heute an als Laienanhänger, der zu ihm lebenslang Zuflucht genommen hat, annehmen. Nun fällt Ihnen vielleicht nach all dem Gehörten ein Beispiel von einer Familie ein, die nach ihren besten Kräften und ihren Mitteln gemäß spendet und hilfsbereit ist und trotzdem aus ihrer Armut nicht herauskommt. Oder da ist ein Mensch sanftmütig und trotzdem unschön. Das zeigt nur, dass die Dinge komplexer sind und wir nur in der Lage sind, dieses eine Leben zu betrachten. Doch wie der Buddha lehrt, ist bei diesem Daseinsstrom, den wir Leben nennen, kein Anfang zu erkennen. Leben folgt auf Leben, Handlungen folgen auf Handlungen und alle haben Auswirkungen im jetzigen oder im nächsten Leben. Sicher ist, dass unser jetziges Denken, Reden und Handeln Auswirkungen auf die Zukunft haben wird. Wie die Verse aus dem Dhammapada, einer altbuddhistischen Spruchssammlung, es so schön ausdrücken. Auch einem Bösen geht es gut, solang das Böse nicht gereift. Ist aber reif die böse Frucht, dann geht es schlecht dem schlechten Mann. Auch einem Guten geht es schlecht, solang das Gute nicht gereift. Ist aber reif die gute Frucht, dann geht es gut dem guten Mann. In der auf diese Lehrrede folgenden 136. Rede in der mittleren Sammlung beschreibt der Erhabene ausführlich diese tiefen Zusammenhänge, die nur ein vollkommen Erwachter im Einzelfall und über unendlich viele Zeiträume überschauen kann. Aber das ist für uns auch nicht so wichtig, nur insofern, dass wir mit unseren Beurteilungen über Lebenszusammenhänge vorsichtiger umgehen sollten. Die Lehrreden des Buddha sind ein so reichhaltiger und tiefgründiger Schatz, nicht zuletzt, da er 45 Jahre lang gelehrt hat und diese Lehre den Dhamma uns hinterlassen hat. Ich möchte jeden interessierten Zuhörer gerne dazu ermuntern, sich einmal mit den originalen Lehrreden des Buddha zu beschäftigen. Ein ideales Einstiegsbuch dafür ist Die Reden des Buddha im Verlag Herders Spektrum erschienen oder schauen Sie, wenn möglich, im Internet nach unter www.buddha-reden.de Der Markt für viele, auch gute Sekundärliteratur, ist unüberschaubar geworden, da lohnt es sich wieder an die Quellen zu gehen. Die Reden des Buddha